... Das war dann irgendwie nicht, glaube ich, ne? Nein, was meinst du, warum ich gehen wollte? Nein, danke, 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 danke. Danke, 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 danke. Das war's, das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Schönen Dank, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier bei unserem leider verregneten Freundschaftswisch hier in unserem schönen Milzweeter-Fußgängerzone der Schentikofhörde. Er hofft, sie etwas unterhalten zu können und die miese Stimmung, die der Himmel macht, die wollen wir vertreiben. Und bevor ich weitergehe, fortgehe im Programm, möchte ich unsere Prominenz im Schentikof vorstellen. Einmal, unser musikalischer Leiter ist Jürgen Schöneberg. So, und unser Vorsitzender haben wir auch mitgebracht, er war etwas krank diese Woche. Er war etwas krank diese Woche. Kirmesgeschäden. Unser Atze Klaus-Bremske. So, meine Damen und Herren, jeder von Ihnen kennt es, jeder von Ihnen hat es vielleicht schon mal von Hans Albers gehört. Bei uns singt jetzt der Michael La Paloma. So, meine Damen und Herren, jeder von Ihnen hat es vielleicht schon mal von Hans Albers gehört.